Ja, das ist Makrameeband, 3 mm. Ich habe das schon mal aufgemacht. Ich werde das meiner besseren Hälfte für die Handarbeit geben. Und dann schreibe ich euch auch in die Rezension, was sie davon hält. Die ist da immer sehr kritisch. Wolle sei nicht gleich Wolle, so ihre Aussage. Und Makrameeband auch nicht und Garn auch nicht. Da muss man immer aufpassen, dass es gute Qualität ist. Ich habe es mir angeguckt, ich stelle da nichts fest. Also Durchmesser, 3 mm passt. Da ist nichts fusselig. Das ist vernünftig aufgezwirrt hier. Ja, keine losen Fäden, nichts. Schön geschmeidig. Also ich glaube, sie wird zufrieden sein. Ich werde euch dann aber berichten, ob dem auch wirklich so ist.